So Leute, jetzt geht sie weiter mit ihm. Das BIMO ist mit Basis 46 und weiter geht's. Wow. Geschafft. So, jetzt zum letzten Rennen von Mink. So, jetzt zum nächsten Mal. So, jetzt zum nächsten Mal. Ach, jetzt ist das so bloß. Ach, ja. Ich bin nicht müde wegen der Spursung. Oh ja. Das ist doch dieses knappe Maul. Mein Schatten. Das ist jetzt nicht so gut. Nicht so gut. Wow. Oh, das ist so cool. Ich schaffte sie. Ich schaffte sie. Warum? Ich schaffte sie so gut. Ich schaffte sie auf. Ja. Oh ja. Ich schaffte sie! Wie sieht aus. Wie sieht aus? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, der muss die Lago. Die Lago, ja, der geht. Den kommt nicht mehr da. Und wenn nicht, alles weiter. So, jetzt mal zuerst die Ratter fallen. So, jetzt mal zuerst. 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 Das war eine Nachricht, wie das war. 180 km. Oh, geschott. Puh, wie lange bin da, sieben Minuten, ja, wollen wir das mal machen, ne? Puh, wie lange bin ich? 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 Scheiße Er kommt, es kommt Woa Oh man Hallo Ah bobs und schweizungen gut Er ist direkt in die Art Fahrzeuge gekrallt! Ab und zu achten, dann alle Verfolger einhalten. Seid vorsichtig ins, wir haben die Strahle für die Abfahrt. Wir haben die Strahle für die Abfahrt. Wir haben die Strahle für die Abfahrt. Hinter dem Raut, Kurt 3 ist gewischt! Wir haben den Abfahrt. Wir haben die Abfahrt. Wir haben den Abfahrt. Wir haben die Strahle betroffen. Verrächtiger, Flüchtig! Verrückter, Flüchtling! Benz, wir haben die Abfahrt. Wir haben die Abfahrt. Wir haben die Abfahrt herumgeführt. vrai ist aber nicht nur die Abfahrt. So kn August 무릎 sa inclined. Das ist die Abfahrt. abonnieren sie den Abfahrt. Das ist einfach alles koComment. Nicht alle, meine Abfahrt hören sie den Abfahrt nicht runter. Aber wir haben die Hoffnung ц Tat obrigパueprint verloren. Das wären so gute Abfahrt. Dann hören sie dieremlin discontinlich. Das machen wir die Abfahrt ist. Das hätten klar. Er kriegt mich nicht mal. Hoff ich mal. Scheiße, war es so schnell, wenn er nahe gewandt ist. Bei diesen Let's Place, wenn ich noch gar nicht nahe gewandt war, denke ich mal. Da warte ich mal auf die Boden einhalten. Ich bin ge... äh, ich bin gecrashed. 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 Der Typ steht auf. Hallo, ich brauche Nagelbänder, Mann. Äh... Ich brauche Strachelsperren und Nagelbänder. Was ist denn los? Okay, Leute, das war's mit dem, was wir von Part 46, glaube ich, ja, oder 47, keine Ahnung, bis gleich, tschüss.